Hallo und herzlich Willkommen zu Bauherrn-Wenn.de, die Anlaufstelle für Bauherrn und die Ideen werden. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Hechtek und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. Ja, fühlst du dich manchmal danach, dass du grillen willst? Sicherlich, im Sommer gibt es viele Freunde des Grillens, aber auch im Winter gibt es Freunde des Grillens, die dann auch gerne im Winter grillen. Und so hat sich einer in einer Wohnanlage gedacht, ich grille einfach mit meinem Elektrogrill auf meinem Balkon, das kann doch niemand stören. Doch, hat sich jemand gestört gefühlt und hat dann denjenigen angezeigt. Er hat dann gesagt, ja mit fünf Grillabend komme ich schon klar, aber das was der macht, das ist mir zu viel und zu offen. Und dann gab es nämlich eine Entscheidung vom Gericht, das Urteil des Landesgerichts München vom 01.03.2023 hat nämlich entschieden, dass es beeinträchtigt und dass man nicht einfach beliebig oft grillen darf. Und das Landgericht hat dann entschieden, dass man maximal viermal im Monat grillen darf. An den Wochenenden dann entweder am Samstag oder am Sonntag. Ja, also nicht Samstag und Sonntag, das geht nicht. Samstag oder Sonntag und nicht an zwei aufeinanderfolgenden Sonn- und Feiertagen. Okay, also das muss man sich jetzt einfach mal auf der Zunge zergehen lassen. Es legt ein Gericht fest, dass man als Wohnungseigentümer, als Mieter, was auch immer, also als Nutzer einer Wohnung einfach nicht beliebig oft grillen kann. Dieses Urteil ist zwar jetzt auf eine Wohnanlage beschränkt und auf eine Balkonanlage, aber ich kann mir das schon vorstellen, dass es vielleicht auch den einen oder anderen gibt, der sich dann in einem Reihenhaus nicht so wohl fühlen würde und dann vor das Gericht zieht. Wobei da die Chancen eigentlich relativ wenig sind und so. Also das ist eine ganz andere Geschichte dann. Aber ich fand es schon sehr, sehr krass, dass es dazu auch ein Gerichtsurteil gibt. Und was mir dann in den Sinn kam, ist, wie kann man sich dagegen wehren? Und man kann sich damit wehren, indem man sein eigenes Haus plant. Und mit wem plant ihr das Haus? Natürlich mit mir. Also ein bisschen Eigenwerken muss ja auch trotzdem sein. Also ich fand das lustig. Ich fand das insofern lustig und dann habe ich gedacht, ich mache da einfach mal eine kurze Folge, dass ihr das auch mal gehört habt. Und ich fand das insofern lustig, weil das, denke ich mal, nicht allgemein Wissen ist, dass so etwas möglich ist. Und wie man dem entgegenwirken kann, ist natürlich klar. Wir planen für euch das Haus. Ihr bewohnt das Haus und dann dürft ihr entscheiden, wann ihr grillen wollt. Ob ihr jeden Tag grillt, nachts, morgens, im Winter oder auch nicht. Ja, dürft ihr dann selbst entscheiden. Also, wenn das wirklich interessant ist, dann schreib mir gerne eine Nachricht an info.bauheim-ministerium.de. Ich danke dir, dass du mir zugehört hast bei dieser kurzen Folge. Wir planen deutschlandweit. Wir führen aus zwischen Heidelberg und Karlsruhe deutschlandweit. Werder bei Planungen von Anbauten, Gauben, Neubauten, Ausbauten, energetischen Sanierungen, Kernsanierungen und so weiter und so fort. Schreib mir gerne eine E-Mail an info.bauheim-ministerium.de. Ansonsten bedanke ich mich dazu, dass du mir zugehört hast und wünsche dir nur das Allerallerbeste bei deinem Projekt Eigenheim. Und immer dran denken, um Bauherr zu werden. Schau rein beim Bauheim-ministerium. Ciao. Teil Maxim. Teil Maxim.